wir spielen heute mit kapaklaus badwars hier wir spielen heute doch ohne kapaklaus mit minecraft genau ich bin allein also diesmal war vier es war mit abstand die beste ansage würde ich sagen okay wir spielen doch mit kapaklaus ak am master hacker okay 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 ich werde intensivieren ja ich tue ihn okay ich räche ich habe hier gold ich bin gespawnt und lauf erstmal voll verwirrt rum weiß nicht was ich die scheiße läuft man ja läuft bei mir was los ist da nix das ist wanne spaß gehst du gleich schon aufs nächste team ich also bion hallo alles klar ich dachte der eine die russi aber der hatte eigentlich gar keine es kommt genau kommt jemand ja da kam einer aber ich habe getötet mit mir bin so schlecht ich war noch ich habe es gemerkt das habe ich einfach nicht so schlecht ist das schon wieder du bist der russiermann ja ich das ist das erste ich habe keinen bock mich zu empfehlen ist jetzt kommt aber einer oder sind wir gelb wir sind grün schau einfach auf tipp okay ja ich habe gerade geschaut aber ich habe zu spät geschaut läuft ich habe ihn auch wenn ich nicht bleibe einfach getötet steht ich bin immer bogen ich komme zu die mitte achtung von hinten finn nein der hat sich das gold gesnackt also das sind team mitglied ich habe und kommt zu uns dort kommt zu uns da 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 habe ich zu dir gebuchtet sorry habe ich würde geil gut spielen okay ich habe roten getroffen ich hefte immer einmal zu rot zu gehen ach liga ist ja auch so draußen gelb sind wir gar nicht ach cool wir sind mit dem gar nicht aufgefallen wir haben noch ein bett das wollte ich damit gut ich habe ein zweierbogen ich bin gerade einfach bei so 1000 leuten ja ich sehe es war nicht so schlau ich könnte dir helfen aber ich weiß nicht wie ich rüberkommen soll ach komm ich komm rüber ach du bist tot scheiße ich bin ich lebe noch ich lebe noch ich hab's bett ähm unten beim schraube unten beim schraube ist so einen ähm ist so ein icon und da muss man draufkippen ich bin tot ich bin gerade gestorben ja ist gut wenn ich mal nicht so dumm wäre das könnte eine schnelle runde werden da könnte sogar vielleicht zwei runden machen ja gut der war auch weg was ich auch gerade das team aus ja das gut nein ich hab's gesehen ich bin so dumm warum gehe ich auf einem schwert drauf wenn ihn bogen hat man wo ist der andere aber Leute sehen wir noch vier von gelb oder kommt ich habe einen gelben das Leben noch drei ich will nicht sterben mal ich bin gerade gekübt oder es noch ein gelber nein aber ich werde zwar eh gestorben aber wenigstens win für uns das ist ein gelber der Mitte ich habe keine Kölbe aber ich töte den der macht irgendwie extrem viel schaden mit seinem knockback stick habe ihn getötet also hatte ich so das gefühl gut von gelbst ist noch zwei oder ist er weg ne er hat sich kurz gemuted kam also ja das sehe ich nicht und bei mir hat es gerade geklingelt ich hoffe dass du nicht gehört mir fällt der kann das auf wir sind grün ja wir sind das einzig team mit noch ich heiße das sind immer die Farben alter ja echt so das ist es auch na egal aber es wird ja das ist gewinnen wir es guck mal das sind nur zwei Leute von der äh von der Farbe und ja ok ich hefte mal hier oben ok der ist warum mutest du dich eigentlich die ganze Zeit weil ich Hotkey ne ähm es kommt welche zu uns wegen dem 1 äh wegen dem mute scheiß achso alter wie ich ihn einfach one-hitted hat mit meinem Bogen ja weil ich den davor schon gedamaged hatte kriegst du nice gg ja hab ihn wie lange ging die Runde 5 Minuten da können wir eigentlich noch eine dran machen wir sind es dann der nächsten wieder genau da sind wir wieder zurück ja es geht ich mutige mich nicht mehr ok gut nice so und da wären wir jetzt zurück in der zweiten Runde und Finn baut sich gleich rüber Alter ich dachte du springst einfach runter ich dachte es gerade auch kurz aber da ist so ein Loch Frage wo ist das weg oh kacke Finn fliegt gleich wieder raus ich kenne die Map nicht ähm verliert gleich die Connection er hört uns zwar noch hier ist schon lost ja leute ist das jetzt halt scheiße ähm ich versuche einfach mal mich neu zu kommen es klappt einfach nicht okay ich bin wieder da wenn ich irgendwas für die Schule mache okay wenn du irgendwas für die Schule machst das war jetzt in der das war jetzt in der Aufnahme hin das geht gar nicht das ist doch egal das geht gar nicht die Leute dürfen nicht wissen dass wir noch Schule machen du weißt aber nicht um was es geht doch um die Schule ging es nein spaß wow für mich als ob du jetzt nur die paar Blöcke gesetzt hast man da hätt's mich auch gleich weiter bauen lassen können und da fällt einfach runter was ein Idiot weil neben uns fallen die auch runter ja ich seh krass kann jemand von euch Fastbridge ne kann ich nicht beziehungsweise hab es noch nie ausprobiert aber ich machs lieber nicht ich machs lieber nicht weil von jetzt auch nicht ne toll jetzt seh ich durch den scheiß Shader wer will gold ich 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 ja dann nimm dir das ich bin der Washer okay gut ich komm mal in die Mitte Alter hier drin ist extrem dunkel ich glaub ich muss meinen Shader gleich raus Alter niemand ist in der Mitte als ob ich hab da ein Loch freigelassen vorhin beim bauen ich hab's gesehen ich hab's gesehen sagst du das gold ja cool cool es ist neues gesporen ich hab's immer gesehen erkannt haben oh danke hast du das Loch da vorne gesehen durch das eine ich bin gesporen ne ich hab's zugebaut ich hab's zugebaut ich hab's zugebaut ich hab's zugebaut Finn hat's aufgenommen ja ich dachte du hast den es kommt in slowmo geil Alter das war so dumm das war mal halt hat er deinen Skin ne hat er nicht oh ähm ich hab ein Gold für Hamster hat einfach einen Bock auf das ist ein ja auf jeden das passiert mir auch irgendwie viel zu oft ne Finn ich helfe dir mal ein bisschen aber ähm Hauptsache da sind einfach alle von diesem einem Team da Hauptsache ich hab's überlebt aber hab keine Blöcke um mich zu denen zu bauen scheiße ich bin tot ich komm ich geb dir Blöcke wenn du brauchst ne ich bin tot achso ok ich hab jetzt übrigens einen Bogen ne Bild bei ich stell mich ganz kurz auf Karhin ich muss meinen Shader raus machen so seh ich davon mein Gott ich hab lex also echt man sieht's nicht in der Aufnahme oh ähm jetzt hab ich keine mehr ich hab 200 FPS wieder alles in der Aufnahme alter hey ich ja das ist eigentlich relativ normal ja ok du nimmst mit OBS auf bei ähm bei Fraps wird runter geregelt äh es kommt jemand auf 120 echt? ja hast du das erst mal es geklappt hat ok ja ey den anderen wer denn warum ist denn unser Teampartner so dumm er baut einfach unser Weg ab ich hab's gesehen willst du mich verarschen ich hab nen Bogen man ich weiß auch wie ich das überlebt hab ja ihr habt's gesehen was ist das für ein Penner ich war grad dabei ich wär fast auch in das Loch reingelegen ja warum denn ich weiß solche Leute man ähm um welches Loch geht's ja hier hast du gebraucht ich stand genau hier guck hier mhm dann kommt unser Teampartner der da bei dir ist da grad der macht einfach den Weg unter mir auf und ich fall runter mit Bogen mit komplett krasse man kann auf Revi den Weg unter einem nicht abbauen geil ich hab keine Ahnung wie er es gemacht hat aber er hat's gemacht komisch du kannst ähm sag mal wie er viel hätte ich komm in die Mitte ohne clip geil äh wo ist eigentlich Eisen äh die hab ich grad da hingeschmissen weil ich die eingesammelt hab ach so stimmt das ist auf der Insel fail ich wusste grad nicht wo ist jetzt eins das Bett ich hab immer noch gar nicht ähm ich auch nicht ich baue auch das Bett nie zu ähm außen ist so ne Treppe da muss man glaub ich hoch gehen und dann in das Haus rein da musst du das Bett da war ich schon und da ist ja noch ne Leiter da war ich auch schon und da ist nichts hä lol äh wenn ihr auf unserer Insel zuläuft ist es ein fettes Tor mitten in dem Haus drin und da stehts Bett guck genau ich hab's aufgebaut ich hab's aufgebaut ich hab's aufgebaut ich bau's ab ja ich hab ein bisschen zu kompliziert geschaut alter ich denk mir so hä was geht bei euch nicht ich lauf so zu unserer Insel will so gucken wo's Bett ist seh's so auf den ersten Blick und denk mir so hä was macht ihr da ja ich hab Bogen ich auch ja cool ich hab dich da drin eingesperrt gell äh wir sind nicht grün oder? es schießt jemand auf uns es schießt jemand auf uns es schießt jemand auf uns oder um mich ich hab noch keinen Bogen oh ich sag du hast nen Bogen ähm jetzt hab ich nen Bogen ey dieser Pack aber der hat wow wenn jetzt wieder dieser Typ aus unserem Team kommt und mir den Boden unten drunter wegbaut ne ich raste auch oder ich lache mich schlau Jonas er ist direkt hinter dir acht und drehe ich mal kurz um ich weiß ich probier grad gelb ab ey Achtung wir werden abgeschossen ja ich seh's von vorne ja bin zwar fast tot aber ich hab ihn zweimal getroffen ok gut 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 habt ihr in der Bogen ist gut oder des Mädels in der Mitte ich töte sie oder sie leckt keine Ahnung hab sie gekötet ja ja sie leckt Achtung Achtung es kommt ja es will jemand zu uns ich ich hab ihn ich hab ihn ok gut ja ja ich hab ihn ja ja also aber ich hab nur Äpfel weil ich mir das falsche gekauft hab ok ist egal ey Leute Leute äh was alles soll zu mir kommen links von euch links 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 ist da drüben nein links oh also einer gewählt also ihr seid echt hehehe 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 oh ja du ist normal dass wir ja nicht das tun was nein ich hab angegriffen ja ich helfe der hat dann schlechte Sachen Achtung ich hab ein Herz dann hau halt einfach ab ok ja der geht aber zu uns fängt er aus dem Weg ich will ihn abschießen der kleine killstiler hier ich hab ihn alles klar tschau was hat dern für noch oh Leute ihr habt zu sehen aber ne warte links von uns wir haben in deine Richtung geguckt ja links von euch aus damit ich habe richtig gelaufen und finden aber wo drei Leute waren oben auf dem Baum überall ja ich bin nicht falsch gelaufen schade jetzt hätte ich aufnehmen müssen ich hätte ihn angucken können wer falsch gelaufen ist hehehe warte hast du nicht auf die Namen geguckt? ne ne ähm ich bin richtig gelaufen doch als ob ich hab zu ihm geguckt und er hat gesagt von uns aus links weil sonst wäre es auch von ihm aus links gewesen also bin ich richtig gelaufen achso von achso ja ich hab von ihm aus gedacht ja guck deswegen ok ok ich hab erst mal sogar noch nachgedacht oh er denkt nach ja ich würde da bei einem mit der Hand das ist auch in Finns Richtung laufen weil er zuerst losgelaufen ist aber dann hab ich noch mal nachgedacht oder so von uns aus ja dann ist es da ansonsten werde ich nämlich von uns aus völlig äh sinnlos gewesen weil wir sag mal haben die alle den gleichen Skin was ist denn hier los das gibt's doch nicht ich überlebe ich überlebe ich überlebe keiner den selben Skin doch bei Lila hä als ob hä nein ey die haben guck mal auf Tab die haben andere Skin egal also mal irgendjemand hat Hilfe du kannst mal auf Tab gucken kein Skin ähnelt dem anderen hehehe ok doch zwei sehen so ein bisschen so ähnlich aus ach Achtung hier ist einer ich bin fast tot ich bin fast tot warum ist denn unser Weg abgebaut nein ich will nicht sterben ich hab Gold hui alter hab ihn getötet ist jetzt ne längere Runde hä ich schwöre euch da ist loll man hä der Typ der mich die ganze Zeit killt ist noch nicht mal auf Tab hä what ähm irgendwie bei uns ist einfach der Weg abgebaut worden toll ach ich bin wieder da ich bin wieder da ich muss über die ganze Zeit ich muss über die ganze Zeit sorry alles klar die zweite die sich eh in denen habe ich verwechselt ich komm zurück also ähm ich hab mir jetzt neues Gold aus der Mitte geholt ok ja ich hab Bogen einer kommt zu uns ne doch nicht der chillt doch weiterhin in der Mitte hab einen gecombot oh hab ihn getroffen hab ihn noch mal getroffen ich hab nur zwei Herzen halt ich hab ihn richtig gut getroffen der Typ was halt der verprobiert das schon wieder ja ja ich weiß ich sehs schon wieder fast gehabt das ist voll der troller man der probiert schon wieder den Weg unter mir abzubauen man was geht bei dir eben alles klar ja unten er hat unseren ganzen Weg auch auch davor abgebaut also kann man den nicht irgendwie killen mit einem item ne uah alter ich hasse so ne leuchten normalerweise wenn die jetzt nicht in der Aufnahme wäre will die jetzt alles zerschlagen ne warte mach doch ich dachte er macht das fuck ok ähm ich würd äh ich würd vielleicht mal auf dem Team gehen weil der soll zu mir kommen keiner will ne Teamkiste Junge nie hau ab bitte ich kann den Typ grad nicht töten weil ich so dumm bin um mich hinterher zu und laufen halt ähm wollen wir mal zusammen auf einem Team gehen dass wir eins auslöschen können ich bin grad in der Mitte und der Typ hat grad mein Gold geklaut böser Typi man der ich hasse solche Leute einfach was ist mir jetzt egal ich fink er aus meiner range ok ich hasse Rewi wie man kann keine Beleidigungen schreit hab ihn getötet so easy alter oh ich bin grad außer sehen bei der Eiseninsel von denen ich frag grad sagen wir sind nicht gelb oder ne ne wir sind grün wieder wir waren letzte unter auch grün oder ähm also irgendwie müssen wir ne Standardfarbe nehmen sonst komm ich noch durcheinander bei uns ist normal dass wir die Farben wechseln eigentlich wir spielen sau oft ähm äh Minecraft genau ähm Redwurst dessen eigentlich ähm ja privat halt echt gerne also wenn wir Minecraft spielen dann meistens das weil ja ja ich bin grad ein bisschen zu offensiv ich brauch's immer gerne ich hab 8 Gold brauch einer 8 Gold ach da kommt einer oh man ich will die ganze Zeit zu denen aber der Booster nicht ähm ich bin grad auch ähm ich bin auf den Eiseninsel wo du grad warst aber ich kann ja auch nicht töten mit dem Bogen Alter ich liebe das Eisenschwert hier ne da metzelst du die Leute ohne Rüste so easy weg ähm ähm ja auch in der Teamkiste ist weg anscheinend einer von die da ist in der Mitte graf oben drauf hä was ich bin in der Mitte ja der ist oben drauf und sneakt oh fuck ich bin tot ich hab 12 Gold wenn du willst ja das wär cool ich komm mal ich komm mal shit das war dumm von mir wait ähm es kommt einer zu uns aber ich kümmer mich mit dem ok ich komme ach alter ähm es kommt jemand es kommt jemand er kommt ganz also ist noch einer bei uns in der Base ja ja da ist jemand ja ok abgehen finde ich komm hier ich hab Gold für dich ok gut Aua es geht echt lang wenn ich schneide ich ein bisschen ähm was kann ich mir denn noch kaufen besser Rüste genau ich kassi so hart ähm rotkont rotkont ok ich hab mich grad gekürzt da geh ich jetzt nicht ok er wird abgeschossen mal gucken ob die Treppe kacke ist der denn mit dem Bogen ich schließ ihn grad ab hab ihn zweimal getroffen ok alles runtergefallen scheiße Wind aber gepostet so ich bau Spam zurück ich glaub ich hol mir mal bessere Rosi ja ah wo da liegt was das könnte ich euch nehmen ja nehm ich nein nein ich hab Falsschaden ok geil ich hab einen getötet ok das Hamster ne kleine Dummi kein Spaß kriegst du die oder brav brauchst du Hilfe ok hättest was gesagt wär ich gekommen war ich grad auf der einzelnen Insel bei uns ach du stehst jemand ja ich weiß ich was der andere kommt und den kümmer ich mich der andere kommt und den kümmer ich mich der andere kommt von zwei fucking Teams angegriffen werden man eh warum fokussen die uns nicht fair ok eingeschroren aber oh ich hab mich getroffen geil ähm soll ich versuchen in die Mitte zu kommen hab ich nochmal getroffen oh je je er trifft mich halt überhaupt nicht aber ich hab ich schon wieder gelaufen Junge warum greift denn der Rote mich an wenn wir den Lila nicht kennen können ja die Leute sind nicht immer ganz schlau aber Mädchen also das bist du ok gut der Fokus jetzt dich heißt ich kann in die Mitte ja das war grad auch mein Blatt ja oh alter wer der Typ der das der da hingebaut hat ne der ist schlimmer wie ich naja eigentlich ja nicht oh die übelste Kombo stirb stirb doch stirb doch ich komm ich komm ich komm oh mein Gott ich hab mit einem Händen übernett hab ich das gesehen oh Gott scheiße da kommt das nix erst kommt jemand in die Mitte ähm ja gut ich bin jetzt ich hoffe mal der Typ äh ich geh halt jetzt grad ach Lila ja ich bin in der Mitte Leute ne es wollte jemand zu uns kommen wollte Lila hat kein Bett mehr und es lebt noch drei Leute gut Lila ok cool ja weil ich die grad ausrotte ich kümmer mich so ein bisschen um Rot ja ich rotte die grad aus von Lila ja ne warte nicht fuck die grad ab der eine ist irgendwie afk ich komme mit einer Spitz sagt nein oh alter war das knapp ok Lila lebt nur noch einer den töd ich jetzt oh gut danke ich wollte nicht ich hab Lila ausgelöst Lila ist komplett raus ich kanns los Benz los los Benz ok die Asi-Taktik los Benz Lila ist raus ok gut hab ich getötet oh nein 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 boah ich geh ich geh oben ok ok dann wo gehen wir jetzt hin und wir sind grad bei Rot ok ich komm ich komm ich hab nicht gespielt ne ne ich komm und helfe ok Achtung da kommt einer von oben ok er kommt nicht aber ja ich hab ihn runtergeschoben 19 Eisen der Typ aus unserem Team ne ne der stirs einfach nur er ist so unproduktiv ok hab den Sprung geschafft ähm ich kann von der Seite abschießen ne kann ich nicht die haben keinen Bogen oder? ne die haben keinen Bogen kriegst du? nein wir haben ihn ach ne das haben die abgebaut scheiße ich dachte du hast abgebaut äh ich leb noch ne ich bin gestorben ähm Achtung es kann sein dass einer von oben gleich runter springt ok ne unten ist das Bett wollen wir runter gehen? Achtung da ist einer da ist einer das Mädchen ja das das Mädchen das Mädchen also ich weiß wie ihr die Folge nennen müsst das Mädchen ähm ich bau das Bett aber ok 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 der eine der eine rote kommt in die Mitte ne man der eine von rot kommt in die Mitte der Gommetyp der Gommetyp ich hab aber ich kann nicht abbauen jetzt hat den Gommetyp getötet Scheiße so von ihr hier drin hab ich grad nicht ver... ich hab 16 Eisen du hast die bessere Waffe warum ok ja ich kenne dich kenne was will der aber ich bin auch gleich tot nein nicht mehr tot ich bin tot gleich ja ok ich bin bloß weg von mir nein nein ich bin auch tot ich bin auch tot ja oh nein wo waren wir bei rot ne ja bei rot ja bei rot gut ich hab den besten Bogen den es gibt ich hab nichts gegen Mädchen nicht mal was gegen Gondemädchen aber das alles klar ähm das nehme ich mir nach dann hol ich mir noch die beste Rüstung hier ach kack jetzt kann ich mir gar nicht kaufen denn niemand vor allem hat das drei Balken also wer hat drei Balken das Mädchen die heißt Milchbrudi also irgendwie glaube ich sie ist männlich ähm nein sie hat mich hä jetzt machen wir jetzt ein kleines bisschen sorgen dass sie Milchbrudi heißt aber mädchenskin hat ja siehste mal als wenn das jetzt ein Pädo ist ne ja alles klar ey finde ich muss dir noch das Intro schicken gell ja das wäre ganz schicke ich hab halt jetzt einfach den besten Bogen ich mach übelsten Damage komm mal auf rot ey rot ist grad in der Mitte und ich hab keinen Bock zu sterben gib ihm die Spitzhacken-Kombo dann ist es umso besser wenn die ach ne die haben das Bett zugebaut ach das ist ja mal ein blöd ich hab 6 Gold ich geh ganz kurz zurück hol mir das beste Schwert und dann komm ich mit gelb hat sich auch komplett zurückgezogen ne was gelb lebt noch? ach ich hab ja ne Spitzhacker ich hab ja ne Spitzhacker ich hab gar nicht gemerkt dass ich ne Spitzhacker hab ich hab gar nicht aufgefallen das Mädchen aber da ist das Mädchen vor allem wir haben immer noch nicht unser Bett zugebaut ne das brauchen wir nicht das haben wir nicht nötig uuuuuh ok shit und übrigens unser Teampartner ne der der macht auch gar nichts wir sind die Einzelnen doch er bietet uns Gold äh Eisen an ich finde das macht sehr toll ja aber es will einfach keiner oder Teamkisten was juckt uns das? ist das echt so? ist das einfach so okay ein 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 Hauptsache er gibt mir jetzt Leitern danke dafür sehr nett alles klar keine Ahnung was du mit Leitern willst gar nichts er hat's mir er hat's mir gegeben was der ist doch er baut den Weg wieder ab er baut den Weg wieder ab auch ich ich komm nicht mehr zurück zur Base weil er den Weg einfach abgebaut hat ach ich ich kenn jetzt die Strategie von Rot Rot geht in die Mitte geht zu Lila und geht über die große Verbindung von Lila wieder zu Rot zurück ich komm gerade nicht mehr nach Hause weil der den Weg einfach ganz abbaut alter Mann der hat einen guten Bogen steht voll bei euch ist anscheinend spannend bei mir nicht ja ich ja hau alter ich bin grad den roten bei Lila ab ich bin grad bei Lila und ich zieh den roten der da ist ab ähm der hat nämlich auch einen Bogen ähm ich glaub dass der Hamster nicht ganz ähm ne ich glaub der hat nicht voll ja ich glaub der denkt dass wir so Gegner wären oder so irgendwie nur er kann uns nicht schlagen deswegen versucht hat den Blöck unter uns abzubauen ich glaub das scheiße würde er machen oder so irgendwie das ist glaube ich so sein ich kill grad gelb ne das war rot lol ich hab das Mädchen von Rot getötet das Mädchen das Mädchen ähm ich baue mich dabei so ein bisschen safe ähm drüber weil der ist ich geh jetzt grad mal zu er baut den Weg immer wieder ab ich rotte jetzt gelb aus hab keinen Bock mehr ich hab schon leicht Angst vor diesem Hamster fuck von wo kommt der warst du noch nein 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 Mann ich muss mich hier echt equipen ok der erste von gelb ist raus ok gut der andere sneak hier irgendwo da unten ey ganz ehrlich dieser Hamster ok gelb ist komplett raus hab ich auch ausgemacht ja der fuckt richtig ab jetzt ist nur noch grün Nein ich bin runter geschossen von gelb die verrückt von rot das hätte ich so der Typ der stresst einfach nur man kann ihn reporten ok warum die Nerven Inkompatibel warte es ist es geht glaube ich aber echt das Mädchen ist in der Mitte das Mädchen ist in der Mitte hab sie getötet Ach du pass auf da das geht echt zwei herzen ich weiß nicht warum ich konnte ich kann ich komme ganz schnell okay ich kriege nicht weil über den bogen haben pass auf den bogen ja er hat auch glaube ich keine quip oder ja ich hätte ich auch gar nicht gut ja gut gut nass jetzt ist drei gegen drei jetzt müssen wir aufpassen ja aber ist ein vorteil für uns wenn er draußen ist er leckt er leckt er leckt er leckt ich sehe es ich sehe es lass ihn mit der hand runterkommen alter es ist bei uns ab und ich bin tot wo seid ihr in der mitte waren wir bitte sind die ganzen leute muss auch da ist einer bei uns und ich hab ihn nicht gesehen wir müssen aufpassen die kommen ziemlich hart zu uns nein das mädel das mädel ist nicht ein bisschen pädophiler was ist das alter die bleibt einfach in der luft stehen und schlägt mich dann runter ich komme wieder der typ in der mitte ist gut weil er hat ein gutes equip und wir nicht jetzt macht sinn auch jetzt hat er sich nach oben gebaut hat einer von euch läuft das über euch ne ist über euch da ja kümmer ich das ich habe keine blöcke dann geht in die base ja der hat einen bogen der hat einen bogen ich weiß es wusste ich nicht von hinten ist fies von hinten ist das hört sich auch pervers an irgendwie ja es kommt alles ins pre-intro ok kommt es nicht weil die frage heute kommen muss ich habe nichts sachen gekauft hier freundlich dann wirft es einfach weg dass ein pass auf er schießt sich ab ja auch hoch mehr mehr ich ach mann ich wollte gerade mit 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 dem ding wollte ich gerade schießen dann habe ich bemerkt scheiße ich habe nichts zu schießen also ich habe kein bogen wir haben uns angeboten ich sag ich doch nein was los was runtergefahren also bin ich gestorben ich komme mal von hinten war falls er jetzt noch länger bleibt dann dann brauche ich mich von hinten zu ihm scheiße mein fuß sein schlafen muss ich mich ab hier oben als ich ich lenke ihn halt ab dadurch kann er nicht mehr ich komme von hinten nämlich nicht gesehen nein nämlich nicht gesehen wir sind tot wir können nichts tun wir sind tot wir sind tot können wir werden verlieren schaffen wir nicht weil ich kann ich kann nicht mehr hoch ich habe nichts mehr ich weiß zwar nicht was ihr gerade mal oben weil die sind alle bei uns nach lassen deren base gehen was ich will nicht ich bin ich denn was mich das ding ist ich brauche so lange abzubauen weil ich weil ich weil ich war nein nein ich würde ich würde ich würde in dich reingeschossen ich würde reingeschossen ich würde reingeschossen egal die folge war trotzdem gut ich würde sagen wir nehmen wir trotzdem ja ja wir nehmen die ähm das war's von der folge hat er mein fuß eingeschlafen ja läuft ja mach mal ab und dann auch das an ja alles klar beste ab und trotzdem ja bürger tschüss du musst die folge meinen欄 zu sein alles klar ne alter mädchen das mädchen das mädchen wie man sie heißen das wair 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 wair